Hallo und willkommen zurück zu Hopp. Er quält sich erstmal wieder langsam daraus. Und dann schauen wir mal, wir waren jetzt hier wieder in einem bisschen neuen Abschnitt hier. Wir kamen von der Brücke. Und dann ging's, glaube ich, nur noch unten. Okay. Nein. Gift. Aber ich glaube, ich muss da durch. Ich sehe gerade keinen anderen Weg. Ich will nicht. Lauf, 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 lauf. Au, natürlich, natürlich. Das ist ja mies. Okay. Tür. 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 Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass da Wasser rauskommt. Andererseits, ich meine, wir sind unter Wasser. Ich glaube, Frösche sind auch mit rausgekommen. Jetzt kann uns das da unten alles nichts mehr anhaben. Da habe ich einmal eine Leiter. Okay. 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 Keine weiteren Optionen. Keine Geheimnisse. Und dran vorbeigeschauen. Oh, da hinten ist so ein Blob. Ein Gift-Blob. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Und da haben wir mal wieder einen Shotcut. Und da haben wir mal wieder einen Shotcut. Wie lang ist es her? Dass ich da mal eine gescheute Tür aufmachen kann. Ich habe das Gefühl, ich gehe mal wieder genau in die gegengesetzte Richtung, wo ich eigentlich hin will. Da haben wir eigentlich noch so eine Zwischenaufgabe. Also momentan. Achso, ich habe ja die Weltkarte hier nicht. Weil manchmal haben wir ja so ein Ziel. Und außerdem müssen wir ja die ganzen Bäume da befreien. Diese Wesen, Baumwesen. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Die in diesen lila Blobs drin sind. Und ich höre schon jemanden. Ich komme zur Rettung. Und ab mit dir. Das ist nur die Frage, wie ich da runterkomme. Okay. So war jetzt einfach als gedacht. Diesmal haben wir niemanden befreit. Manchmal sitzen da ja so Bäume drunter. Aber hier unten ist das natürlich nicht der Fall. Hier wächst sonst nichts. Das war Nummer... Sehen wir das irgendwo? Ich glaube, vier von sieben. Das heißt, wir haben 0,5 mehr als die Hälfte. Ähm... Okay. Du wartest da hinten auf mich? Kameraperspektive. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich laufe dir gerade mal nach. Wo führst du mich denn hin? Manchmal hätte ich hier auch ganz gerne Karte. Oh, toll, dass die alle wieder respawned sind. Das ist ja super. Da war doch aber noch viel mehr. So, da komme ich hier hin. Äh. Wo bin ich denn? Toll, ich komme nicht mehr zurück. Hä? Moment. Ich laufe gerade mal hier lang. So, ich will, glaube ich... Ja, da irgendwo hin. Rechts. Rechts nach rechts. So muss ich noch hin. Nein, ich muss noch hin. Ähm... Ich habe da unten doch noch mehr gesehen. Ich muss noch mal zurück. Kann auch sein, dass es dann einfach noch Secret sein werden und sonst nichts, aber trotzdem. Das war's doch noch nicht. Alter, links ist zum Beispiel auf jeden Fall noch ein Speichelpunkt. Wie komme ich denn da hoch? Und da auf der anderen Seite, da sind ja auch noch Sachen. Äh? Wie komme ich da denn hin? Da stehe ich gerade noch nicht so ganz. Also ich werde jetzt auf die Ruhe zurück. Ich würde irgendwie gerne nach links kommen. Ich habe keine Ahnung wie. Ne. Ich würde... Ich versuche gerade darüber zu springen. Nein. Kannst du mal gerade laufen. Ne. Den Spruch schaffe ich auch nicht. Wie kam ich denn nochmal auf diese Rohre? Okay. Ich muss... Ich springe gerade mal hier rein. Hier bin ich ja eigentlich hergekommen vorhin. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt mal wieder da rüber. Ist wieder ein längerer Weg jetzt, aber... Irgendwas habe ich verpasst. Sehr konzentriert hier rüber laufen. Ich kann da nur runter. Ist hier doof. Ich verstehe es nicht. Wenn man dann das andere Gebiet kommen soll. Hm. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur noch der Weg nach draußen jetzt. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich meine, das Wichtigste haben wir aber schon nicht gemacht, aber... Da geht's raus. Die sind wieder respawned. Ich muss kurz mal schauen. Hm. Nop. Da geht's nicht um. Komisch. Na ja, gut. Dann fahren wir wieder nach oben. Mal gucken, wie's oben aussieht jetzt. Und hier sollte ich auch wieder eine Karte haben. Und das ist mein Punkt. Ein eigentlicher Punkt. Ähm, neben... Ich habe immer noch nicht das befreit. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Habe ich sonst noch eins nicht befreit? Das haben wir. Ich glaube schon. Ähm... Wie war das denn hier? Wo komme ich denn runter? Das ist im Wasser. Okay, dann müsste ich doch eigentlich von hier außen schwimmen können. Fisch, Fisch, Fisch. Was ist das hier? Nee, noch nicht. Oh, da ist aber ein Herz. Oh, da ist ein Herz da oben irgendwo. Hä? Da in dieser Pflanze, die sieht man da ja auch, aber... Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn man da hinkommt, darf nicht. Das ist ein bisschen gefährlich hier, auf diesen Rohrn zu kämpfen. Moment. Ähm, ich habe gehofft, dass ich jetzt irgendwie außenrum auf das Herzstück komme. Falsch gedacht. Kann ich irgendwie eine Abkürzung machen? Ich komme da rüber. Naja, schmeiß mich ja wieder raus. Okay, ähm... Nimm, 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 nimm. Das Wassergebiet ist echt... ...unübersichtlich und schwierig. Nein, der Fisch. Fisch. Ah, Hilfe. Jetzt stehe ich da. Was ist das denn? Fisch, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, ich muss irgendwo raus. Hilfe! Da komme ich gar nicht hin, ne? Äh, warte mal, hä? Oh nein, Fisch. Nein, nein. Jetzt habe ich es gerade gefunden. Da ist ein Leiter und ich wollte aber... ...mit diesem Käferwerfer vorher... ...höh... ...hehe. Habe ich hier draußen eigentlich noch einen... ...Speicherpunkt? Nein, egal. Ja, nein, nicht... Oh, der... ...manchmal, der schwimmt... ...macht krasse Schwimmzüge. Manchmal ist man total schnell in der falschen Richtung. Ich meine, wenn man wegkommen will, ist das gut, aber wenn man... ...einmal sich falsch gelenkt hat, macht der einen... ...leider einen sehr weiten... ...Schwimmzug dann. ...die stößt sich halt immer so einmal ab. Okay, jetzt gehen wir erstmal da hin. Das sieht auch so aus, als müsste man... ...da irgendwie durchkommen können. Naja. Setz dich an. Oh Mann, das war unfair. Das war voll unfair. Komm doch hier runter, wenn du dich traust. Boah, das war ein... Ihr braucht nur zwei Schläge, um mich zu killen? Ihr braucht nur zwei Schläge, um mich zu töten. Das ist so ein Dreckskerl. Da, da würde ich gerne durchlaufen einfach. Aber Moment, da oben ist so ein... Komme ich nochmal irgendwie da hoch? Oh, Moment mal. Da ist so ein Durchbruch, nämlich. Da blendet man direkt im Wasser. Wie mache ich das denn? Ich weiß nicht, wie man, ob das wieder so umgekehrt funktioniert hier. Da oben hin komme ich nämlich, glaube ich, nicht mehr von da aus. Ich habe es hier nicht immer einen Speicherpunkt. Noch irgendwie so einen anderen. Ich meine, wie bin ich dann ursprünglich auf diese Plattform da oben gekommen? Weiß es gar nicht mehr. Oh. Ich habe gerade in die Gegend geguckt. In die Wand gelaufen. Ich bin nicht mehr so. Hm. Oh, da komm ich hoch Sehr gut Vielleicht kann man da was aufmachen Okay, ja, das war jetzt die rechte Tür Und dann müsste das die linke Tür sein Gut, weil dann kann ich da durchgehen und muss nicht durchs Wasser Besser ist das Schon wieder Vergessen, dass wir dich noch nicht getötet haben Ich brauche bei dem halt mein Schild, das fristlos so viel Energie ist Auch wenn er zuschlägt, nimmt einem immer Energie weg Der ist echt färgerig Ups, was schlaste Ich hab keine Energie mehr Ich muss mal warten, bis ich genug blaue Dinger wieder hab Oh, jetzt hat er wieder abgefangen mit seinem Schild, ey Kann ich dich nicht zu dem Fisch da unten stoßen Wie das immer abfängt, ey Das sind so meine Hassgegner hier in diesem Spiel Die mit dem Schild, was die alles abfangen können So nerfing, dann dauert es immer ewig, bis man den geplatt hat Die kann nämlich nicht hinter die sacken und Das kostet mich alles viel Energie bei denen Vielleicht geht's besser, wenn man den Katalysator hat Äh, Dynamo Will ich das hier benutzen? Oh nein, sag jetzt nicht, ich bin ins Wasser gefallen Na toll Kann man das irgendwie verhindern, dass man da ins Wasser fällt? Ich würde ja schon gerne da einmal oben rauf Ja, ja, ich kann das drehen Ich weiß nur nicht, wo wir nichts drehen sollen Nein, 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 nicht da dran gehen Ah, ich wollte angreifen Oh, was war so rum? So In welche Richtung hätte ich's denn gern? Das ist jetzt, äh Ich guck mal Ob's da irgendwas gibt? Oh Gott, der Fischer Tatsächlich, wow Und das Herzstück Cool Sehr schön Dann haben wir das Ähm Und dann drehe ich's nach unten, würde ich sagen Und dann mach ich mal was passiert Nein, nein, nein Fisch, geh weg Geh weg, geh weg So Gucken, ob es das irgendwo hinbringt Nee, okay Dann Uah, Fisch, nein Hahaha Dann muss ich da zu Fuß hin Wo auch immer es jetzt Nein, geh da drauf Ja, komm, halt dich Na, was machst du denn? Kannst du dich nicht einfach festhalten und nach oben gehen? Danke Und schon mal die Steuerung Ich weiß nicht, ob ich da weiterkomme Okay Alles ganz vorsichtig Kannst du hier nicht irgendwo einen Speichelpunkt geben? Vielleicht gibt's irgendeinen Shortcut hier gerade So, wo komm ich da denn hin? Hm Hm Ich hab da was Schönes gesehen Lass dich mal fallen War jetzt so ein Moment, wo ich doch langsam mal speichern wollen will Also ich meine, das Spiel speichert jeden Fortschritt, so wie jetzt auch, aber So generell irgendwo, wo ich nochmal respawnen kann, ohne dass ich einen zu weiten Weg hab Hm Und dann bin ich wieder hier Da muss ich hin Aber ich hab doch hier die Turbinen freigeschaltet Was muss ich denn da noch machen? Was muss ich tun? Was soll ich tun? Keine Ahnung Ich seh übrigens gerade nicht, wo ich bin Ähm Erschließt sich mir jetzt gerade überhaupt nicht Was ich da noch machen muss Ich versteh's nicht Ich dachte hier unten gab's so'n Speicherpunkt Nicht blöd Ich würde mich gerne irgendwie hier in diesem Gebiet mal dann respawnen Wenn ich jetzt Weil ich müsste gerade mal meine Aufnahme beenden Ähm Egal, ich bin mal gespannt, wo das Spiel mich dann beim nächsten Mal rausschmeißt Und dort geht's dann weiter Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dann Bis dann Bis dann j